Marseille daheim gegen Frankfurt. Man muss auch dazu sagen, wir haben zwei englische Sieger gehabt und einen spanischen. Ja und jetzt steht hier Deutschland, Frankreich, Spanien und Österreich im Halbfinale. Frankreich oder Deutschland, wer kommt hier weiter? Ja Deutschland war schon zweimal im Finale. Und wir haben das halt vertreten. Und es ist ja nicht recht knapp ausgegangen mit 2 zu 1 nur. 1 zu 2 hat Frankfurt auch gegen Athletica Madrid verloren. Und dann gewannen Sie uns zu treu. 1 zu 1. 1. Oh Da würde ich jetzt gern die Keimha wie so von dem Ball Er hat sich auch gut eingespielt, ja? Ich sah eigentlich oft aus dem Tor War am Anfang nicht so, aber jetzt mittlerweile Schauen wir mal gucken, da habe ich ja nur aufzeichnen Ja, ein Tor ein Assist, wirklich schön So, eines brauchen wir uns, wie viel weiter kann man noch? Eine richtige Rutschpartie, Alter Ja, ein Tor 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 Oh, schön. Oh mein Gott. Schon. Ja, wieder ein Fehler gemacht. Jetzt braucht hier Frankfurt eines für die Verlängerung. Oh, 2,50. Nein, billig, aber er gibt ihn. Kontakt war da. Und dann ist natürlich jeden hat es auch so schlau und dreckig gefallen. Nein. Und führt's. Balotelli ist siebtes Tor. Und glaube ich, wie billig das war. Das hat es diesmal eigentlich sehr wenig gegeben. Hast du da eine gegeben? Oh ja, eine. Erinnere mich nicht dran. Soll sag ich das mal. Boah. Boah. Ja, ne, aber eigentlich ein saubwilliger Transfer, aber ganz verstärkt sie eigentlich den rechten Abwiss hatte. Und so. Boah. Haw erinnere mich. Oh ja. Ich glaube, bei Totten brauche ich noch einen Stürmer. Beides sind die wir irgendwie überhaupt nicht überragend. Na komm, Alter. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das muss jetzt aber rot geben. Dann gibt es sowieso gelb oder rot, das ist so wüscht. Ah ja, genau. Aber muss ich machen. Ja. Ja. Das bringt Zeit. Oh, Alter. Ja. 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 So ein bäbisches Schuss ist Dillon zuerst, jetzt hat er alle fette, geschossene Schüsse raus. Entweder war das so jetzt speziert und so überraschend oder ich weiß nicht. Ja, okay, er hat abgewartet, links oder rechts, okay, hat er schon gemacht. Ja, eins brauchen sie noch, dort in Frankfurt. Oh mein Gott, oh mein Gott, das gibt's nicht. Da hat er sich nicht beirren lassen, ich glaube zweimal gestört worden. Dort zu behält er den Ball. Boah, heftiger Schlag ins Gesicht, schon mal sehen. Und das war's. Hätte ich nicht mehr geklopft. Ich auch nicht. Ja, beide haben sie es verdient, muss man sagen. Ah, bitter ist nur, dass man es in der 90. März hergibt. Ja, man muss trotzdem nach vorne blicken, Marseille hat ein starkes Turnier. Nächstes Turnier ist ein Heimturnier. Die Kohle wird auch stimmen. Verdient hat man auch sicher was. Verdient hat man auch sicher was. Das ist ein Heimturnier. Säger, die Kohle wird auch immer noch einfach.